Hey Freunde, willkommen zu diesem Video. Ich weiß, ich habe wieder mal nicht sehr lange Videos gemacht und so. Ja, auf jeden Fall sehr lange nicht mehr Alpesvideos. Ne, das ist noch rot. So was hier. Auf jeden Fall, heute eine Folge von... Ah, warte, das gleich nochmal. Nein, mein Handy! LPS-Mädchen-DG. Ja, ich stelle euch kurz vor, wer da so ist und so. Wann habe ich jetzt noch mal nie dabei? Ne, ich habe sie gar nicht dabei. Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Waffe holen, so... Das Problem, ich habe jetzt aufgeholt und... Ja... Ich habe jetzt gerade meine... Ich habe meine Ertänzungen gut aufgestellt. Und ja... Und fragt euch nicht, was das... Das... Da ist... Hm... Ich muss noch wegkommen. Ne, ne, ne... Stimmt, ich habe es vergessen. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt gleich meine Füße sehen. Mist! Ich fragt euch nicht, warum ich so eine hohe Sprüche habe. Oh, wow! Das ist gerade umgefallen. Wie toll! Also... Ich mach kurz... Das wieder nochmal... Und ja... Bis gleich! Also, es sind zwei Häuser... Wo wir da sind... Ich muss kurz nochmal nachzählen, wer so drin sein wird und so... Ich bin gleich wieder da. Äh, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Nur noch eine Person werden ohne. Ja, ich bin gleich star. Bye... Bis gleich! Petrouille. Ich habe mir doch vorgestellt... hab ich es erzählt. Ja. Also, fangen wir mit dem Video an. Wir sehen uns gleich wieder. Äh, tschüss! Ja, bald. Bis gleich! Oh, wow, jetzt habe ich vergessen, die alle vorzustellen. Na, das mache ich jetzt in dem Video gleich weiter. So, alle eingestiegen. Ja, 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 ja. Halt, wartet. Ich bin nicht drin. Dann beeil dich. Au, tschuldigung. Gut, dann können wir ja los von oben. Sind sie alle gekommen? Ja, 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 ja. Gut, dann können wir ja anfangen. Alle aussteigen, bitte. Und entschuldigen, dass ihr das nicht jetzt seht, weil, äh, ja, ich habe meine Pöne ein bisschen weh gesehen. So, was ist dein Name? Mein Name ist Sunny. Mhm. Durchgehen, bitte. Warte, ich bin doch nicht... Egal. Halt, haben sie irgendeine, irgendwelche Haussäge dabei? Äh, nein, habe ich nicht. Hallo, wie ist dein Name, wie ist dein Name und, ähm, haben sie Haussäge dabei? Oh, wartet. Also, wenn, wenn nur zwei Katzen jetzt sind, dann brauchst du die eine nicht fragen, ob sie Haussäge hat und wenn sie, wenn die andere noch kommt, dann brauchst du sie nicht anfragen. Okay, so, ähm, Name? Hazel. Sind sie eine Katze? Nein. Ein Hund? Ja, sie müssen eigentlich jetzt wissen, weil sie sind auch ein Hund. Da ist was dran. Gehen sie durch. Geht du schon mal dann, wenn es lang geht. Mie, mie. Hallo. Oh, äh, hallo, was ist dein Name? Äh, mein Name ist... Scarlett. Schön, ich kenne dich. Geht euch. Okay. Hallo. Du bist schuldig, gell? Mhm. Ich habe keine Haussäge dabei. Okay. Oh, meine Zeit ist gleich zu Ende. Also, würde ich sagen, aktiviert doch mal die Glocke. Also, äh. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen zerstreut, bin gerade in der Quarantäne. Ja. Sorry dafür. Also, klickt auf den Abo-Knopf. Liked für mehr, also noch für Part 2. Und ja. Schönen Tag noch für euch alle. Da draußen. Bye. Bye. Bye.